Heute habe ich die große Freude, euch einen richtig, richtig schönen Frauenroman vorzustellen. Es ist Kleine Schiffe von Silke Schütze. Was es mit den kleinen Schiffen auf sich hat, das erfahrt ihr im Laufe des Buches, wenn ihr es denn lesen wollt. Es ist die Geschichte von Franziska. Franziska ist gerade 44 Jahre alt geworden. Sie lässt sich gerade von ihrem Mann scheiden oder andersrum. Ihr Mann lässt sich von ihr scheiden, denn sie liebt ihren Mann Andreas immer noch. Und ihre Freundin hat ihr eine tückische Frage gestellt, nämlich, sag mal, an den ersten Sex erinnert man sich meistens, aber an den letzten, wann hattet ihr denn so das letzte Mal? Tja, und das fällt ihr so gar nicht ein. Also beschließt sie, nach der Scheidung noch einmal das Bett mit ihrem Mann zu teilen. Das bleibt leider oder Gott sei Dank nicht ohne Folgen. Tja, nun steht sie da, eine Frau, die eigentlich immer an die Hand genommen wurde, die nicht sehr selbstständig ist und sie ist schwanger, Single, frisch geschieden. Tja, was macht Frau in so einer Situation? Sie überlegt auch lange hin und her, ob sie sich zu einer Abtreibung entschließen soll. Sie lässt es dann aber. Sie möchte dieses Kind haben und sie mietet ein richtig süßes, kleines Häuschen in Hamburg-Eimsbüttel. Und durch Zufall lernt sie ein junges Mädchen kennen, Lilly. Sie ist 19, sie ist völlig ausge... ja, völlig flippig, ganz, ganz anders, völlig unkonventionell. Sie bringt richtig Leben in dieses kleine Häuschen hinein, denn unsere Franziska nimmt Lilly auf. Ja, und diese beiden Frauen, Lilly ist auch schwanger, meistern zusammen das Leben jetzt. Es ist ein ganz, ganz tolles Buch über Freundschaft, Frauenfreundschaft, aber auch über das Verhältnis Vater und Tochter. Denn Franziska hat einen Vater, der trägt immer Rollkragenpullover. Er war mal ein Top-Koch und er sieht mittlerweile aus wie eine bösartige Galapagos-Schildkröte, wenn er sich in seinem Rollkragenpullover wieder mal versteckt. Aber auch mit ihrem Vater, dem kommt sie auch wieder sehr viel näher. Und das Haus ist auf einmal total verwandelt. Die schüchterne, ja, unselbstständige Franziska entwickelt sich absolut. Und das hat mir gut an dem Buch gefallen. Es ist aber auch eine Geschichte, die mich absolut berührt, bewegt. Und ich gestehe es, ich habe fürchterlich geweint. Ja, es passiert gar nicht so häufig, dass mich ein Buch wirklich zu Tränen rühren kann. Dieses Buch hat es geschafft. Mir liefen die Tränen nur so herunter. Es ist trotzdem wunderschön. Und ja, es sind so viele Themen eigentlich in diesem Buch untergebracht, mit so viel Liebe erzählt und auch mit viel Witz. Und ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr diesem Buch eine Chance geben solltet, werdet. Und ich weiß, dass die Bücher von Selke Schütze schon bekannter sind. Auch die Erdbeerkönigen habe ich hier ja schon mal vorgestellt. Es ist ein ganz, ganz toller Frauenroman um das Thema Scheidung, um das Thema, ja, die Liebe zwischen einer älteren Frau und einem jüngeren Mann. Ja, um loslassen, erwachsen werden, selbstständig werden. Ein ganz, ganz großer Roman. Ich lege ihn euch ans Herz. Ja, ich lege ihn euch als Herz. Vielen Dank.